Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin tot. Du hast die sterbliche physische Welt verlassen und stehst im Nexus. An die Konvergenzpunkte Energien aus den vier Reichen. Oblivienz. Die Zeit steht still in den vier durch den Nexus verbundenen Reichen. Im ewigen Kampf zwischen Chaos und Ordnung muss auch das Gleichgewicht zwischen den beiden erkämpft werden. Und hier im Herzen des Nexus geschieht genau das. Die zwei Urkräfte zu sammeln, sie zu zügeln und ein sicheres Gleichgewicht zu wahren. Was hast du mir angetan? Du kannst das kontrollieren. Du kannst dich verwandeln, wenn du es wünschst. Du musst dich nicht davor fürchten. Deine Menschlichkeit bleibt erhalten. Egal. Gigasica. Jetzt will ich meine Rache. Warum trotzst du deinem Schöpfer? Jennifer. Sie riechen deine Angst. Halbblut. Er hat's schon wieder gesagt. Wenn man sich beobachtet fühlt. Wenn du ihn ganz Watch next allein fragt第二 español. Sie riechen. Sie riechen. Er hat er recht gut.